Lass uns in Ruhe Yeah Epic, jetzt kann's losgehen Wer hat nichts gespeichert von uns? Nicht Oder auch nicht Nicht? Nein Es gibt paar Wörter, auf die Sue immer auf mich hört Egal was ist das Warum sind hier Hunde? Ach so, weil es ein Biestmann-Festung ist vielleicht Da umste Tür, soll man mal reingehen Warum bringen die nur zwei Erfahrungen? Weil das Schoßhündchen sind Oh Gott, wie oft wie ein Thron war, lauf uns den König verkloppen Oh mein Gott, der König hat sich in einen Hund verstanden Nein, da oben ist tatsächlich einer Es ist ein Sultan Das ist hässlich und fett Ok, hallo du da Digga, Mann Bitte, ihr müsst mir helfen Kein Ding, tschö Tschö, fick dich Du bist hässlich, dir wollen wir nicht helfen Ich will da nicht runter Nein Hallo Hund Hallo Die ziehen jetzt einen ab Oh mein Gott, ist das ultra hart Hallo, treff doch mal Oh mein Gott, wir kriegen jetzt drei Punkten Sogar Wer ist das? Du Kann Stärke nicht machen Hattest du schon mal Hattest du schon mal Du musst erstmal Nochmal Vitalität Vitali Ich mach Aki Mache ich glaube ich auch das nächste Mal wieder Ja Ich werd nur Agilität, Vitalität und Stärke hoch machen Hab ich grad beschlossen Was will ich mit Zauber und Geist und sowas Ja Einfach andere Nudeln Das war das letzte Mal schon gar nicht mehr Glück Genau das war das noch Nein Ich wollte da hinten hin und ich geh auch da hinten hin Ist doch überhaupt was? Weiß ich nicht Guck mal eine Wand Geil Oh Gott Wende Oh Gott Bei Tracy müssen wir eine Intelligenz und Geist einfach hoch machen Dann passt das schon Wir schaffen das Spiel eh nicht durch Warum? Sui, das sind wir Was haben wir mit bei Donkey Kong gemacht? Ja und Donkey Kong ist auch schwerer Ja ist klar Ja Jede zwei Sekunden ein Safe steht oder was? Oh die Spiele sind immer Oh mein Gott Hünde 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 Ich wollte Hündin sagen Ja ist klar Wir merken an die Menze von uns ist Hünde Hünde Mit Ü Da ist ein Laden Da will ich rein Nein Oh mein Gott der Typ hat sich in einen Fass verwandelt Waren wir eh nicht schon mal? Ganz dumm gefragt Ja Das ist die Stadt von Anfang Oh mein Gott Höllenhinde Oh mein Gott Höllenhinde Ein Pupp Ja ich weiß was Papa ist Wo mich jetzt irgendwelche Leute verbessert Guck mal noch ein Fass Geil die haben sich alle in Fässer verwandelt die Leute Oh mein Gott sie sind grausam Ich weiß es wenn auch mal dafür war mal ein Kindergarten Das war mal ein Kindergarten Das war mal ein Kindergarten Das war mal ein Kindergarten Oh mein Gott Ich habe voll viel Leben Was ist los? Ich bin Düssel Ich renne in jedes Monster rein Was geschah? Guck Du hast keinen Samen Mit anderen Worten Du bist impotent Das stand da Das fand ich schön Also als ich es gelesen habe Ich musste lachen Ah das Schiff Genau da hin wollten wir Jetzt weiß ich nicht Wir wollten vielleicht auch mal darauf hören Was die Leute uns sagen Wir sind schon oben Warte Du ran ist doch nicht da Wir haben doch mal ein Geschenk Nein Er kann nicht stehen Ah nee das war das Iva langes oben Nee Warte Wir sind die sind weg Also irgendwie tut der mir schon leid Cool Der fühlt sich schon voll verarscht Erst rettet er uns da aus der Schweiße und dann Hauen wir einfach ab Du ja tut mir leid Vielleicht treffen wir den ja nochmal Wenn er nicht gegessen wird Wenn er nicht gegessen Uns fragt die Zeit davon Wir müssen wirklich schnell die anderen Geister finden Ah Mein Ball ist runtergefallen Dann was? Mein Ball ist schon wieder runtergefallen Entschuldigung Oh guck mal da ist ein Punkt Was mit dir? Gah Guck mal wir legen ja Metal Gear an Metal Gear Wer nennt jetzt jede Stadt um? Ihr heißt jetzt alle Metal Gear Nein Maya Maya Mia Hier laufen nur Leute rum mit Egal Ock Ganz fetten Ocken Das ist keine Anspielung Hallo Captain Jetzt hat jetzt jeder verstanden Äh Äh Auf mit der Blume zu reden Rebt es wie du Fotze Weißt nicht wenn ihr die Gölte Straße nach B-B-B-B-B-B-Führt Die Gölte Straße gilt immer als eine bedeutende Handelsstrecke bis kürzlich Seit die Munzerkampere ist sie kaum noch jemand Ja Gott fick dich Ich will die Kiste anlabern Kiste Oh Kiste oh geil Guck mal das war mal ein Mensch Guck mal da waren auch Menschen Mein Gott sie waren alle in Kiste Aber allein ist ein Junge Kiste Ich bin von Voyage Von Voyage Mein Gott Lade Winterhof Ach das ist der Typ Wenn der Typ mit dem Knarren ist Dann wird das lustig Ein Clown Tatsache Cool damit können wir reisen ja Was willst du Wollen wir dann gar nicht fragen, was es ist, ich sage es euch. Na ja, wir haben Faustrainer verbindet für eine Brücke und sonst gibt es keinen anderen Weg, aber mit einer Superkanone Mark 2 könnt ihr fliegen, wohin ihr wollt und sie ist fast fertig. Ich will sie mir angucken. Ich auch, ich will da vorne reingehen. Guck mal, ich geh jetzt rein, ich bin drin. Ja, ich auch. Wo sind wir, wo sind wir? Haha, ich bin gar nicht drin. Ich auch nicht. Der war so sinnlos. Ja, aber da liegt doch ne Frau. Da liegt doch ne Frau. Haha. Haha. Sorry. Ja? Da liegt eine Frau. Ja, ein Item quasi. Ich bin Mama, ja, Schwester, bonjour. Sie nennen meinen Bruder einen Alchemist, aber das ist falsch. Ich frage mich, ist er eher ein verrückter Wissenschaftler? Oh. Andere Worten, ein Alchemist. Was ist denn ein Unterschied? So, was ist dies? Was geschah? Oh mein Gott, da sind Waffendinger drauf. Hi. Schwule Säcke sind das. Willkommen. Ja, den Typen, bei dem man nicht definieren kann, was das nun ist. Warum immer noch die gleichen Waffen? Ähm, nee. Und dann nebenan. Hallo, du da. Nein, ich will mit dem reden. Ah, Moment. Der verkauft nur das? Verkauft der keine Rüstung, der andere Typ? Der hat bestimmt noch Rüstung. Was ist das? Ach ja, stimmt. Bomboyage. Yeah, 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 yeah. Wir haben auch irgendwie noch Bombocks gelagert, aber ich weiß nicht, wie man die aus dem Dingens holen kann. Ähm, so, hast du hier noch irgendwie Rüstung, wenn ich da oben oder unten drücke? Nö. Kannst du was kaufen? Pff, warte. Hab ich das jetzt? Ja. Ja. Oh, das ist gut. Habe ich das jetzt gekauft? Ja. Okay, Achtung, Menü. Auseinandersetzung. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Ich krieg das hin? Oh. Ah. 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 Ach so, nein. Du hast das Wechseln gedrückt. Wir können jetzt unsere Waffen wechseln. Und es ausrüsten, glaube ich. Fast. Ach so, gibt's das auch. Ah, das ist das ja einfach. Okay, das ist cool. Ah, das ist natürlich sehr viel praktischer. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal... Wiffi-Härschen, kannst du dir auch was kaufen? Das sieht irgendwie cool aus, wenn wir so neben der stehen. Weißt du, worauf ich gerade Lust habe zu singen? Ach, was? Jesse, Jesse, oh, Jesse. Was soll das? Keine Waffen für uns. Jesse und ich gehen leer aus. Nein! Ja, das ist halt... Oh, hier gibt's Rüstung. Hier kann ich ja bestimmt was Sachen kaufen. Wie zum Beispiel einen Tiger-Tanga. Den gab's im ersten Teil. Ja, ich weiß, den hatte ich immer auch einen Tiger-Bikini. Oh Gott. Was bin ich? Und ich erkenne gerade gar nicht... Ah, da, okay. Lederhut. Gut, den kann ich... ...tragen. Der kostet wenig, den kaufe ich mir jetzt. Gal. Ja, das kann ich nicht tragen. Das kann ich auch nicht tragen. Das kann ich auch nicht tragen. Kann ich aber auch was tragen außer... Ne, das hab ich an. Na gut, nur den Hut. Gal. Ich lass mich machen. Auf Wiedersehen. Ähm... Einkaufen eine ganze Folge lang. Yay. Nenn die Folge Einkaufen. Nenn.